Die Sozialdemokraten in den Gefängnissen für die Demokratie bei der internationalen Sozialdemokratie... Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, die AfD schwingt sich auch zum Kampf gegen die Rote Hilfe, weil die Rote Hilfe der AfD zu extremistisch ist. Liebe AfD, Sie ziehen diese Nummer zwar häufiger durch, aber ich muss Ihnen leider sagen, es wird auch dadurch nicht weniger absurder, dass ausgerechnet Sie sich hierhin stellen und unter Bezugnahme auf Berichte des Verfassungsschutzes gegen Extremismus vorgehen wollen. Und ich kann Ihnen ganz klar sagen, auch wir als FDP finden die Existenz und die Tätigkeit der Roten Hilfe nicht gerade erfreulich. Der Verein ist natürlich nicht nur eine harmlose linke Solidaritätsgemeinschaft von Juristen für Aktivisten. Das gibt sich natürlich schon auch daraus, dass sich die Rote Hilfe bis heute nicht von den Gräueltaten der RAF distanziert. Und selbstverständlich ist es so, dass die Rote Hilfe versucht, die Sicherheitsbehörden des Staates in Misskredit zu bringen. Die Rote Hilfe wird deswegen ganz zu Recht vom Verfassungsschutz beobachtet. Und Herr Siewik hat es ja auch schon gesagt, dass wir als NRW-Koalition uns das auch sehr genau anschauen, was da bei der Roten Hilfe passiert. Aber wissen Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen von der AfD, mit den gewaltbereiten Teilen der Roten Hilfe ist es wie mit den meisten Extremisten. Dummheit lässt sich einfach nicht verbieten. Hinzu kommt, dass die Rote Hilfe ihre Tätigkeiten ja unter dem Deckmantel des Rechtsstaats betreibt und juristische Hilfe für Strafverfahren anbietet. Dass die Rote Hilfe wächst und sich der angebotene Service unter Linksextremisten möglicherweise wachsender Beliebtheit erfreut, muss einen wirklich mit Sorge umhertreiben. Gleichzeitig gilt aber auch, dass jeder Straftäter – und dazu gehören auch linksextremistische Straftäter – in Deutschland das Recht haben, sich juristisch beraten zu lassen und unterstützen zu lassen, ob ihnen das passt oder nicht. Sie werden also mit oder ohne Verbot die Rote Hilfe kaum jemals verhindern können, dass Linksextremisten andere Linksextremisten in Strafprozessen verteidigen und diese Solidarität dann auch entsprechend vermarkten. Das gilt aber übrigens auch für Rechtsextremisten, die sich ja auch gerne gegenseitig vertreten. Die Organisationsstruktur des Beratungsangebotes für Rechtsextremisten ist zwar ein bisschen anders wie bei der Roten Hilfe, aber auch hier ist ja bekannt, dass es funktionierende Netzwerke dafür gibt, wenn der in Schwierigkeit geratene Rechtsextremist anwaltlich Rechtsbeistand benötigt. Deswegen bin ich jetzt auch ein bisschen überrascht, dass Sie diesen Umstand in Ihrem Antrag übersehen haben, wo Sie ja so engagiert gegen die ganz rechtsberatenden Extremisten vorgehen wollen. Wenn wir hier einmal anfangen, Organisationen zu verbieten, die kein Problem damit haben, gewaltbereite Extremisten juristisch zu unterstützen, dann sollten wir auch kurz über den deutschen Rechtsschutzkreis sprechen. Den müssten Sie dann ja auch verbieten, wenn ich Ihre Ausführungen hier richtig verstehe. Aber ganz abgesehen davon, weil darauf gehen Sie ja nicht ein, dass Ihr Kampf gegen Extremismus mir ein bisschen einseitig erscheint, will ich auch noch mal kurz auf den Feststellungsteil Ihres Antrags zu sprechen kommen. Sehe ich das richtig, dass ausgerechnet die AfD die Partei, die ständig irgendwelche Verstrickungen mit der identitären Bewegung hat, hier feststellen lassen will, dass sich Zusammenarbeit zwischen freiheitlich-demokratischen Kräften und Organisationen des extremistischen Spektrums verbieten. Sie wollen Doppelmitgliedschaften gemeinsame Aufrufe zu Demonstrationen und Solidaritätsbekundungen zugunsten von Extremisten untersagen. Aber ich glaube, Sie verwechseln da etwas. Wir sind hier nämlich nicht in der Bundesvorstandssitzung der AfD, der ja aufgrund immer wieder auftretender Abgrenzungsfragen noch mal gesondert beschließen muss, dass Pegida-Symbole und eine Mitgliedschaft in der identitären Bewegung mit der AfD-Mitgliedschaft unvereinbar sind. Das sind übrigens Punkte, die im restlichen Teil des Hauses eigentlich Selbstverständlichkeiten sind und deswegen keines besonderen Beschlusses bedürfen. Bei der AfD beschäftigt sich hingegen der Bundesvorstand und dann später noch mal der Bundeskonvent, wohlgemerkt nicht der Bundesparteitag mit dieser Frage. Da muss dann wohl doch noch mal von oben beschlossen werden, dass sich die Mitglieder der AfD nicht mit Rechtsextremisten zusammensetzen sollen. Wenn ich in diesem Zusammenhang mal allen mit Abgrenzungsschwierigkeiten zu Extremisten einen Tipp aus der politischen Mitte geben darf. Sorgen Sie doch einfach vor Ort dafür, dass nicht mit Extremisten demonstriert wird. Beschäftigen Sie keine Extremisten und verbreiten Sie keine extremistischen Ansichten. Dann muss die AfD im Bundesvorstand und wir hier im Landtag keine Debatten mehr darüber führen, ob wir Selbstverständlichkeiten unter Demokraten gesondert feststellen wollen oder nicht. Und zu einem weiteren Teil in Ihrem Antrag möchte ich abschließend noch kommen, nämlich zum dritten Teil und da insbesondere zum Nummer zwei des AfD-Antrages. Die AfD will da ja, dass wir auf Landesebene die Möglichkeit eines rechtssicheren Verbots der in Nordrhein-Westfalen ansässigen Orts- und Regionalgruppen der Roten Hilfe prüfen und womöglich dann herbeiführen. Das ist natürlich wahnsinnig sinnvoll. Wenn die Rote Hilfe tatsächlich eine Gefahr für die freiheitlich-demokratische Grundordnung Deutschlands darstellt, bringt es natürlich wahnsinnig viel, wenn wir in Bielefeld, Bochum, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Köln und Oberhausen lediglich die Regionalgruppen verbieten. Es ist ja allseits bekannt, dass man für Rechtsberatung im Bundesgebiet unbedingt eine Regionalgruppe in NRW benötigt. Meine Damen und Herren, ich bin ja dafür. Wir überlassen das Verbot oder Nichtverbot einer bundesweit agierenden Verein, dem dafür sinnvollerweise zuständigen Bundesinnenministerium. Und wissen Sie, ich habe nicht den Eindruck, das wurde gerade ja auch schon mehrfach erwähnt, dass der amtierende Bundesinnenminister jemand ist, der sich sonderlich für die Rote Hilfe erwärmen kann. Ich kann mir daher gut vorstellen, dass im Bundesinnenministerium bei Bedarf eine sorgfältige vereinsrechtliche Prüfung erfolgt. Das wurde gerade ja auch schon mehrfach angekündigt. Rechtssicherheit hat bei diesem Thema sicherlich Vorrang, weswegen wir einer Ausschussüberweisung in den Innenausschuss und den Rechtsausschuss zustimmen. Und wenn es der AfD wirklich um den Kampf gegen Extremismus gehen sollte, möchte ich Ihnen noch Folgendes mit auf den Weg geben. Überlassen Sie diesen wichtigen Kampf doch besser denjenigen, die nicht Selbstschwierigkeiten mit Abgrenzung von Extremisten haben. Das wirkt glaubwürdiger und hat am Ende auch mehr Aussicht auf Erfolg. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Brockmeyer. Auch Sie haben wahrscheinlich bemerkt, dass eine Kurzintervention angemeldet wurde. Sie dürfen die gerne von Ihrem Platz aus beantworten. Herr Wagner ist auch hier derjenige, der intervenieren wird. Ich schalte das Mikro frei. Bitte schön. Ja, Herr Kollege Brockmeyer, ich war eigentlich schon kurz davor zu sagen, da braucht es keine Kurzintervention. Wir sind zwar verschiedener Meinung, aber dann haben Sie etwas gesagt, was meine Rede schon widerlegt. Sie haben nämlich gesagt, der Kampf gegen den Extremismus durch die AfD, durch unsere Fraktion sei einseitig. Dann weise ich einmal darauf hin, dass ich in meiner Rede gesagt habe, dass man eben nicht umsonst den braunen Bruder der Roten Hilfe, die Hilfsgemeinschaft für nationale Gefangene, schon längst verboten hat. Aus dem Kontext können Sie wahrscheinlich entnehmen, dass ich das für gut halte, für richtig halte, für gut heiße. Und dann im Kontext meiner Rede mir zu unterstellen, ich würde den Kampf gegen den Extremismus einseitig sehen, passt nicht mit der Realität dessen zusammen, was ich da vorne am Pult gesagt habe. Und darüber hinaus möchte ich noch auf einen Umstand deutlich hinweisen. Die Rote Hilfe existiert als eingetragener Verein. Das heißt, dieser extremistische Verein ist als gemeinnützig anerkannt. Das muss man sich doch mal auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt, die werden mit Steuergeldern gepimpt. So sieht das doch aus. Und dagegen müssen wir doch dringend was unternehmen. Herr Brockmeier, wenn Sie sich jetzt bitte einmal ein... Ja. Mikro ist frei. Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Sehr geehrter Herr Wagner, ich glaube, ich habe ja ausgeführt, dass wir auch mit den Taten und den Auffassungen der Rote Hilfe nicht einverstanden sind. Gemeinnützigkeit und eingetragener Verein müsste man dann vielleicht auch noch mal ein Stück weit differenzieren. Sie sagten, dass dann vieles nicht zur Realität passt, was ich gesagt hätte bezüglich Ihrer Ausführungen. Aber es stellt sich doch so dar, dass Sie gerade Ihre Anträge auch vom Wortlaut immer so stellen, dass es immer nur ausschließlich gegen links geht und rechts dann so im Nebensatz vielleicht mal angedeutet wird. Und uns als NRW-Koalition ist es wichtig, eben Extremismus generell zu bekämpfen und nicht auf einem Auge wie bei Ihnen auf dem rechten Auge blind zu sein. Und das mache ich ganz einfach auch daran fest, dass Sie Bewegung und Strömung in Ihren eigenen Reihen in der AfD, sei es die junge Alternative oder die Flügel, einfach so gewähren lassen, ohne sich da klar von zu distanzieren. Vielen Dank, Herr Kollege Bockmann.